Guten Tag, mein Name ist Arnulf Koch. Das ist das zweite Video meiner Serie Wasserstoff als Invest mit ganz großem Fragezeichen dahinter. In dem Video möchte ich die Physik und Chemie des Wasserstoffs ein bisschen mal probieren rüber zu bringen. Was qualifiziert mich dazu? Ich habe immerhin mal Physik und Chemie studiert im letzten Jahrtausend. Dann bin ich aus dem Studium in die Informatik rüber gewechselt und habe dann ein Unternehmen gegründet. Aber ich glaube, ein paar Sachen der Grundlagen, Physik und den chemischen Zusammenhängen, sind noch präsent. Und da sollte sich vielleicht jeder, der da rein investiert, mal die Herausforderungen der Technik bewusst machen. Und das Schöne ist, wenn es überall anders riesige Innovationen gibt, bleibt die Physik einfach unverändert vom Beginn des Universums bis zum Ende des Universums. Im letzten Video habe ich mal die Finanzzahlen der ganzen Wasserstoffplayer in den Wasserstoff-ETFs mir angeschaut. Die Unternehmen, da muss man ja feststellen, das ist einfach eher Crowdfunding von Grundlagenforschung, was für mich als ehemaligen Physiker natürlich toll ist, wenn nicht nur der Staat ist finanziert, sondern auch Investoren. Aber wenn ich jetzt unter dem Aspekt des Geldverdienens betrachte, habe ich ja festgestellt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Investment-Case, weil halt einfach ist es noch weit von der Marktreife entfernt. Und warum das so ist, möchte ich jetzt einfach mal in der Physik ein bisschen beleuchten. Und in dem Video mal anschauen, wie sieht es mit reinem Wasserstoff aus, was sind da so die Herausforderungen bei der Herstellung, beim Speicherung, wie sieht die Energiedichte von verschiedenen Kraftstoffen aus. Und dann, wie wird Wasserstoff tatsächlich in der Realität gespeichert, wo ist da der aktuelle Stand der Forschung, wo wird es denn sich hin entwickeln. Und dann danach einfach mal zu schauen von der Physik her, ist das schon so weit, dass es marktauglich sein wird in zwei bis fünf Jahren, was ja seit Jahrzehnten versprochen wird. Und das war auch der Anlass für diese Videoserie. Die Storys sind exakt die gleichen wie vor 20 Jahren, als ich in der Uni war. Und die Technik, so viel weiter ist sie tatsächlich auch noch nicht. Aber gut, starten wir da jetzt einfach mal rein. Das erste Thema ist, wie wird Wasserstoff hergestellt? Man unterscheidet da inzwischen sehr viele Verfahren. Grauer Wasserstoff, blauer Wasserstoff, türkiser Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Wir wollen, glaube ich, alle grünen Wasserstoff. Aber im Moment ist das Herstellungsverfahren, ja, man spaltet einfach die Wasserstoffatome von dem Kohlenstoffatom im Methan, im Erdgas ab. Also Methan ist das größte Bestandteil von Erdgas. Die Wasserstoffatome verbinden sich zu einem Wasserstoffmolekül aus zwei Wasserstoffatomen. Und der Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff zu Kohlendioxid. Also eigentlich das Gleiche am Schluss, was ich dann habe, als wenn ich das Zeug verbrennen würde. Hier ist die Bilanz 10 Tonnen je Tonne Wasserstoff. Also ich könnte das Zeug auch verbrennen, aber anstatt, dass ich es verbrenne, spalte ich das Wasserstoff ab. Aber das Ergebnis für die Umwelt ist exakt das Gleiche. Das ist jetzt erstmal das Herstellverfahren, ja, die Dampfreformierung, mit der tatsächlich aktuell die große Menge von Wasserstoff gewonnen wird. Also wenn es heute irgendwo einen Technologieträger von einem Zug oder ähnliches gibt, dann ist das wahrscheinlich so etwas. Das ist die schöne, ich sage mal fast naive Vorstellung wie in der Schule, dass ich letztendlich meine Stromquelle habe und die Anode und Kathode in irgendwie wässriger Verbindung oder mit Wasser. Und dann, wenn ich Strom anlege, dann fängt dieses Pluppern an und hier oben auf einmal kommen dann Sauerstoff und Wasserstoff raus, den ich abfangen kann oder auffangen kann. Und damit dann meine, ja, die Energiespeicher und am Schluss wieder verstrome oder verbrennen oder ähnliches und am Schluss kommt auch wieder nur theoretisch Wasser raus. Das ist, sage ich mal, die Vorstellung, die jeder hat, aber die ist nicht energieeffizient. Da finden sehr viele chemische Reaktionen an Anode und Kathode statt, die aufgefressen wird. Man muss das ganz schön pimpen, das Verfahren, dass es dann zum Beispiel bei hohen Temperaturen wie 900 Grad gemacht wird. Und das sind immer alles Sachen, wo man eben Bereichen sind, die nicht mehr in der Alltags, sage ich mal, Rahmenbedingungen sind. Wie eben solche sehr hohen Temperaturen und danach die Speicherung, werden wir jetzt gleich als nächstes sehen, in sehr hohen Drücken. Ein Dilemma generell ist bei der Speicherung von Wasserstoff, die, sagen wir mal, wirklich die kleine Natur der Atome. Und das habe ich jetzt mal probiert zu visualisieren. Hier habe ich jetzt mal maßstabsgetreu von der Wikipedia-Seite Atomradien rausgesucht, was denn so, dass die Radien von typischen Atomen sind, mit denen Tanks gebaut werden, und wie das Größenverhältnis von dem wirklich sehr, sehr kleinen Wasserstoffmolekül ist. Man sieht es hier, zwei Wasserstoff, also H2, und einfach mal Eisenatome zueinander genommen. Und dann ist einfach das Problem, dass Wasserstoff nur mit sehr hohem Aufwand dicht gespeichert werden kann. Also auf den Ganzen, wenn ich das in Pipelines einspiele und irgendwie mit hohem Druck durch die Welt transportieren möchte, dann müssen die Pipelines in einer sehr guten Qualität gebaut werden, damit ich diese Effekte hier nicht habe, dass das schlicht und ergreifend dazwischen den Materialen durchwischt. Ich habe natürlich nicht nur eine Lage Atome. Am Schluss wird es ein bisschen dichter, dass die, sage ich mal, irgendwie anders zusammenliegen. Und natürlich ist das sowieso alles sehr stark vereinfacht. Es ist also viel komplexer und findet sehr viel mehr Physik statt. Aber ich möchte jetzt da nicht zu tief ins Detail reingehen. Aber selbst hier, wenn ich, sage ich mal, zum Beispiel Eisen optimal, sage ich mal, stapeln würde, passt auch immer noch das Wasserstoffmolekül dazwischen durch. Andere bisherige Energieträger, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, also Erdgas, ist der Hauptbestandteil Methan. Wenn man sich den anschaut, sieht man schon einfach, die kann ich in einem solchen Tank wunderbar speichern, weil die sind einfach da zu groß und noch komplexere Sachen, was ich, Butan als längstes Gas. Danach ist er im Benzin ab fünf bis neun Atomen. Dann wird es ja flüssig schon bei Raumtemperaturen. Aber auf jeden Fall, das sind dann immer längere Ketten und die kann ich dann auch mit relativ billigen Tanks speichern. Letztendlich, wenn ich da irgendwie Kohleatome oder sowas hernehme und daraus vielleicht dichte Gitter mache, dann kann ich da, sage ich mal, kriege ich ein Gitternetz hin und letztendlich hat man in der Regel immer irgendwelche Mischmaterialien, mit denen der Tank beschichtet ist oder aus dem der Tank besteht, um ihn dicht zu bekommen. Nur es ist ein erheblich höherer Aufwand aufgrund dieses Größenunterschieds, den man hier unten sieht, zwischen einem Wasserstoffmolekül und einem Kohlenwasserstoff. Die Energie steckt jedes Mal natürlich in den Verbindungen drin, zwischen Wasserstoffen, wenn es dann oxidiert, der Wasserstoff und der Kohlenstoff nur auf jeden Fall. Hier habe ich, sage ich mal, die Eigenschaften einfach, die physikalischen Eigenschaften der Atome und die werden sich einfach niemals ändern. Die machen es herausfordernd. Und wenn ich dann noch mit sehr hohen Drücken arbeiten muss, zum Beispiel, wenn ich irgendwie meine Propangasflasche fürs Grillen habe, wenn man sich anschaut, der ist, glaube ich, sieben oder acht Bar Druck, dann verflüssigt sich das da drinnen schon. Und hier bei Wasserstoff brauche ich 700 Bar. Also das sind nicht einfach nur mal ein bisschen mehr oder doppelt so viel oder sowas, sondern ungefähr um den Faktor 100. Und das brauche ich natürlich dann dickere Wände, eine höhere Explosionsfestigkeit, also gegen Verformung und so weiter. Dazu kommt dann das Wasserstoff und Stahl, wenn wir uns die erste Folie nochmal, oder Eisen, ich meine, Stahl ist eine Kombination aus Kohlenstoff, Eisen und ein paar anderen Elementen da drinnen. Aber auf jeden Fall, Wasserstoff zum Beispiel hat dann auch mit Eisen eine oxidierende Wirkung, dass es sich ein, sage ich mal, bettet in die Kristallgitter und letztendlich auch den Werkstoff zerstört. Also das zum Beispiel passiert auch bei kohlenstoffbasierten Tanks nicht. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass wir da Probleme haben, wenn wir das einfach Wasserstoff als reinen Wasserstoff speichern wollen. Und deswegen setzt sich dieser Bereich nicht so richtig durch. Das nächste Thema ist jetzt einfach mal, sich überhaupt schon wie viel Energie da drinnen steckt. Also die Befürworter tun immer, dass die Energie in einem Kilowasserstoff betrachten, die enorm hoch ist gegenüber anderen bekannten oder populären Kraftstoffen. Nur natürlich ein Kilowasserstoff, was ist denn das überhaupt? Ich meine, wir haben gesehen, es sind sehr kleine Moleküle, die schwören dann einfach so daher. Und wenn ich das auf, sage ich mal, ein Tankvolumen nehme, was ich tatsächlich in meinem Auto drin habe, in meinem Bus drin habe, irgendwie in meinem Kraftstofftank eben, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Homo-Azion ziehen wir die Tabelle her. Eben der Heizwert pro Kilo ist zum Beispiel bei Wasserstoff 33 Kilowattstunden pro Kilo und zum Beispiel bei Benzin oder Diesel nur 11. Also da ist Wasserstoff auf den ersten Blick gut. Nur wenn ich jetzt aufrechne, pro Volumen sieht es auf einmal ganz anders aus. Dann steht Wasserstoff bei normalen Temperaturen auf einmal nur noch 3 Kilowattstunden pro Kubikmeter, während dann hier auf einmal Benzin, Diesel oder Ähnliches dann bei 9.900, 9.700 ist in dem Bereich. Also da ist auf einmal der Faktor 3000 und um die Energie hochzubringen, muss ich natürlich den Druck ausüben, damit ich das Wasserstoff, die kleinen Moleküle, die da rumschwirren, einfach mehr in den gleichen Volumeneintrag reinbringe. Der Druck der Wasserstoffmoleküle auf die Wand ist natürlich der Druck. Der Druck muss erhöht werden, damit da mehr drin sind. Und wenn ich zum Beispiel 200 Bar mache, das sind so die großen Erdgasleitungen oder typische Flaschen, in denen es abgefüllt wird, wenn es gasförmig ist, dann komme ich auf einen Bereich von 500 Kilowattstunden. Wenn ich das jetzt hier anschaue im Verhältnis zu Benzin, ist es der Faktor 20 unterschiedlich. Und es ist auch tatsächlich zu Erdgas, wenn ich Erdgas mit 200 Megapaskal, also mit 200 Bar, da drin transportiere. Und das ist ja auch eine Idee, dass ich einfach Wasserstoff dem Erdgas beimische da drin. Aber dann habe ich auch nur ein Fünftel der Energie in dem Volumen, was dann aus der Leitung rauskommt. Also da auf einmal ist es gar nicht mehr so toll. Langsam in akzeptable Bereiche kommt es, wenn ich ihn flüssig mache. Das Problem ist nur, dass Wasserstoff flüssig ist, ist bei dem Bereich 700 Bar mit 20 Kelvin. Das sind minus 250 Grad Celsius. Also überhaupt erst mal eine so kalte Umgebung zu schaffen oder auch 700 Bar zu schaffen, ist technisch nicht einfach. Und erst dann überhaupt schaffe ich es, vergleichbare Energiedichten herzubekommen, dass ich dann nur noch ungefähr Faktor 3 bis 4 schlechter bin als heutige Energieträger, die ich im Alltag benutze. Wenn man sich anschaut, was bedeuten minus 250 Grad und 700 Bar in der Praxis, also die erste Generation der Wasserstoffautos waren ja, sagen wir mal, damals bei meiner Zeit hat BMW ein 7er BMW umgebaut auf Wasserstoffantrieb. Da wurde einfach ein Wasserstofftank in den Kofferraum reingebaut und das Wasserstoff brennt ja relativ ähnlich wie Benzin und muss man gar nicht so viel umbauen, hat gesagt, das ist die Zukunft. Übrigens, wenn man sich das anschaut, haben das sehr viele, auch Daimler Chrysler, das ist ein Spiegelartikel von 1999. Auch die haben gesagt, in vier Jahren fängt es an und dann wollen halt alle Hersteller das auf den Markt bringen und ich glaube jetzt in dem Bereich, glaube ich, sollte es sich langsam schon durchgesetzt haben, was natürlich nie eingetreten ist, weil man immer sagt, in ein paar Jahren, die Technik hört sich so schön einfach an, aber das ist es nicht, weil zum Beispiel der erste kann immer an den Tankstellen sehr schnell tanken, kann in drei, vier, fünf Minuten oder so was sein Auto mit Wasserstoff voll tanken, nur am Schluss muss dann wieder der Druck von 700 Bar aufgebaut werden für den nächsten und das dauert relativ lange. Im Bereich 36 Minuten ist hier angegeben, man kann es auch bei Linde oder Ähnliches, die diese Wasserstofftankstellen anbieten, haben damals wohl zwei Millionen gekostet, jetzt kostet es vielleicht noch eine Million und die können dann, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Autos am Tag voll tanken. Wenn man es umrechnet, kommt da eben raus, dass da ungefähr eine halbe Stunde Wartezeit dazwischen ist, weil einfach der Druck wieder neu aufgebaut werden muss. Wenn jemand viel abnimmt, wie ein Bus oder so was, kann dann auch mal sein, dass dann auf einmal mehrere Stunden dazwischen gewartet werden muss, beziehungsweise dauert dann der Tankvorgang länger. Nächste Aspekte sind ein Einfrieren des Tank. Hier wird natürlich mit sehr tiefen Temperaturen gearbeitet. Jeder, der schon mal eine Propangasflasche oder sowas da aufmacht, wie das vereist und da habe ich ja wirklich Pille-Palle-Drücke und Pille-Palle-Druckunterschied oder Ähnliches. Also das sind einfach so Praxisprobleme, mit denen man da ja umgehen muss und einfach hier, was ich, warten Sie einfach 5 bis 20 Minuten, wenn der einfriert, dass Sie es dann entfernen können. Das sind natürlich jetzt nicht sehr praxistaugliche Sachen und sowas selber kann ich alles lösen, durch wie eine Heizung einbaue da rein und das sind auch die Lösungsansätze, aber dann nehme ich halt auch wieder Energie da raus und tatsächlich, wenn ich in den großen Temperaturdifferenzen arbeite, da drinne bräuchte ich dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Energie. Und das geht alles vom Wirkungsgrad ab und somit auf die Kosten des Treibstoffes drauf. Also das jetzt hier einfach das Hintergrundwissen immer, wie wird das gemacht. Reiner Wasserstoff ist da nicht ganz so cool. Damit haben wir uns jetzt einfach mal besprochen. Herstellung, Energie, Speicherung, Transport, Alltagsprobleme und wie ist die aktuelle Technologie, was macht man mit Wasserstoff? Man tut ihn jetzt nicht mehr bei minus so und so viel Grad direkt transportieren, sondern bindet Wasserstoff in andere Elemente dran. Da wird gerade sehr viel geforscht, gibt es sehr viele tolle Ansätze und vielleicht wird einer davon irgendwann mal massentauglich, abseits des Problems von Energiedicht und sowas, was immer nach wie vor bleibt. Und deswegen sage ich immer, es ist Grundlagenforschung, aber schauen wir uns jetzt einfach mal die verschiedenen Verbindungen an, die es denn da so gibt. Gut, auch wieder hier Wikipedia-Artikel, die kommen alle unter den Post. Darunter kann man sich anschauen. Wir haben eben also die Druckspeicher, hoher Druck für Fahrzeugtanks. Übrigens auch eine interessante Sache, wenn man da einfach mal nachschaut. Wenn ich das flüssig mache, dann darf es sich natürlich nicht wieder gasförmig werden in dem Tank. Hier ist das drauf. Bis zu drei Prozent je Tag durch Boil-Off-Verluste. Also letztendlich, wenn er sich ausdehnt, einfach ich muss dann über der Druck steigen. Das könnte explodieren. Deswegen ist ein Überdruckventil drin. Das kann vielleicht irgendwie genutzt werden, indem ich das dann vielleicht in eine Brennstoffzelle leite oder ähnliches. Aber ganz generell, zum Beispiel Wasserstoffflüssig im Sommer herstellen, um bis zum Winter aufzubewahren, gibt die Physik einfach nicht her. Ich muss dann zumindest sehr viele technische Maßnahmen machen, um die Temperatur niedrig zu halten. Dafür muss ich Energie einsetzen. Und wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache, dann brauche ich mehr Energie, als ich da drinnen gespeichert habe. Also das ist auf jeden Fall Flüssigspeicherung nicht mehr relevant. Metallhydridspeicher. Das ist eine Sache, dass ich Wasserstoff kann nicht sehr gut an sehr viele verschiedene Stoffe anlagern. Weil tatsächlich irgendwie Wasserstoffatomen, wir haben sie unten dran gesehen, kommt natürlich in sehr vielen natürlichen chemischen Verbindungen vor. Und die kommen, was ich kann jetzt hier, mit einer einfachsten Reaktion, indem ich ein bisschen Energie zuführe, kann ich das hier auf einmal in CO2 und H2O umwandeln. Ich kann den Vorgang mit etwas mehr Energieeinsatz wieder rückgängig machen. Ich kann es an Stickstoff an- und auslagern. Das kriege ich dann Ammoniakverbindungen her. Also das ist natürlich schon sehr flexible Atome, mit denen ich umgehen kann. Und so kann ich die dann auch eben zum Beispiel an Metalle anbinden. Das ist was, was wohl technisch sehr gut funktioniert. Nur dann habe ich einen Metalltank und der hat ein großes Gewicht. Das ist zum Beispiel die deutschen U-Boote. Die fahren jetzt ja keine Atom-U-Boote, sondern mit Wasserstofftechnik, fahren hier absolut geräuschlos unter Wasser und können lange unter Wasser bleiben. Und wenn ich halt einfach viel Raum habe, viel Gewicht transportieren kann in so einem U-Boot, dann funktioniert das. Aber es ist eher nicht so richtig alltagstauglich. Dann, das was heute der Hauptpunkt der Forschung ist, ist einmal, dass ich es einfach an irgendwelche Öle oder anderen organischen Materialien einbinde und dann eben in Brennstoffzellen wieder ausbinde oder sie schlicht und ergreifend in Methan umwandle. Das ist ja dieser Power-to-Gas-Ansatz. Also wenn ich wieder schaue, ich nehme mir irgendwo Kohlenstoff her, nehme mir Wasserstoff her, wenn ich den Kohlenstoff zum Beispiel idealisiert aus der Luft herausbinde, das CO2, breche ich auf, habe dann auf einmal Kohlenstoff, das ich nicht aus der Erde oder sonst wo geholt habe, binde da wieder frischen Wasserstoff drauf, dann ist es ja CO2-neutral. Und dann kann ich es auch am Schluss einfach wieder verbrennen, in die Erdgasleitung einspielen, ohne dass ich etwas Technisches verändern muss. Das ist ein Ansatz. Nur auch hier ist wieder in der Praxis, jeder dieser Schritte hat einen Wirkungsgrad, also weil sonst hätte ich ein Perpetuum mobile und das ist physikalisch unmöglich. Und wenn ich da verliere, ich 10 Prozent, da verliere ich 20 Prozent, da verliere ich nochmal 10 Prozent und am Schluss habe ich dann vielleicht noch 30, 20 Prozent Wirkungsgrad am Schluss auf die Energie, auf den Brennwert, den ich dann da drin habe. Und dann muss man sagen, jetzt habe ich ja schon sehr viel politische Diskussionen, dass ich eine Verdopplung von den Spritpreisen oder Verdopplung von den Gaspreisen, Ölpreisen, wäre schon schwer machen, dass ich dann noch wirtschaftlich arbeiten kann. Und wenn ich dann 20 Prozent Wirkungsgrad vielleicht habe oder 30 Prozent, bedeutet das ja eine Verdreifachung des Energieeinsatzes, eine Verdreifachung der Menge, die ich brauche, also dreimal höhere Kosten. Und das ist, glaube ich, das, wo man hinkommen kann, wenn man alles überhaupt erstmal da großtechnische Anlagen hat. Das ist wieder ein Problem. Aber Power to Gas ist ein Ansatz, wenn ich da irgendwie den Kohlenstoff gut herbekomme oder den über gute Brennstoffzellen, wo ja sehr viele Unternehmen daran forschen, dass ich dann am Schluss wieder nicht CO2 rauskomme, sondern wirklich Kohlenstoff da drin und den ich dann zum Beispiel einlagern kann in der Erde oder irgendwo anders dann oder vielleicht für chemische oder industrielle Prozesse, wo ich den halt vielleicht brauche bei, was weiß ich, den Kohlenstoff, um die Tanks dafür zu bauen. Also dann kann es auch wieder ein Kreislauf werden, der neutral ist. Nur wir haben uns da mal in der Vergangenheit mal ganz am Rahmen von einem Industrieprojekt mit beschäftigt, wo das einfach mal ein Simulator gemacht werden sollte, wie das sich wirtschaftlich rechnet. Und da die Eingangsparameter ist also so, dass es, sagen wir mal, auch mit einer sehr guten Förderkulisse, auch mit einem sehr großen technischen Fortschritt sich wahrscheinlich so schnell nicht wirtschaftlich rechnen wird. Man wird es damit einmal umstellen können, irgendwie große Teile der Wirtschaft, aber nicht so, dass man damit Geld verdient und nicht konkurrenzfähig Geld verdient zu irgendwelchen anderen Bereichen. Oder wenn ich eben eigentlich Low-Tech-Energiespeicher wie eine Batterie oder sowas herstelle, die da gegen Pille-Palle ist, gegen solchen Anlagen, die so etwas bauen. Das nächste Thema ist, dass ich das natürlich auch an alle möglichen anderen Elemente einlagern kann. Ich meine, hier ist immer der schöne Bild, ich habe die elektrische Energie, die ich irgendwo CO2-neutral herbekomme, weiß nicht, von Offshore-Windanlagen, habe dann in irgendeiner Form Wasser, leider in der Wüste, wo es vielleicht viel Solarenergie gibt. Es gibt dann nicht viel Wasser für die Elektrolyse, also das ist auch gar nicht mal so trivial. Wenn ich das Wasser dann noch erst entsalzen muss oder sowas, habe ich auch da wieder Energieverluste und Aufwendungen. Trinkwasser ist überall, sagen wir mal, sehr knapp, ist gut, also das ist nicht so einfach. Aber dann kann ich das auch wieder in irgendwelche öligen Lösungen oder da gibt es jetzt sehr, sehr viele neue Forschungsansätze, was da rauskommen kann. Aber es sind eben Forschungsansätze, es ist einfach Grundlagenforschung, in was man investiert. Was, sagen wir mal, mit dem Optimismus der letzten Jahrzehnte, hat es sich, sage ich mal, jetzt nicht über Jahrzehnte durchgesetzt. Und ich habe ja die Kursentwicklungen von Firmen gezeigt, die es schon über lange Zeit machen. Also es ist unwahrscheinlich, dass genau jetzt der Durchbruch ist, dass man irgendwas schafft, was, sagen wir mal, funktioniert und wirklich massentauglich wäre. Dann, dass die Anlagen für die, sage ich mal, für die Geräte, die das machen, auf den Markt kommen, dass sich die ganzen Transportsachen durchsetzen, dass sich dann die Brennstoffzellen in jedem Auto und alles durchsetzen. Und auch da wieder müssen ja in Batterien zwischengespeichert werden. Dann ist die Frage, warum speichern den Strom nicht gleich in der Batterie. Also das ist alles nicht so trivial und eher redet man da über Jahrzehnte als über Jahre oder noch kürzere Zeiträume, wo so etwas ist. In einem nächsten Video werde ich mich damit beschäftigen, mal herauszufinden, wo denn tatsächlich schon grüner Wasserstoff produziert wird oder wo andere Sachen aus Energie nutzbare Erfolgeprodukte machen. Also hier ist zum Beispiel im Wikipedia-Artikel zu Power to Gas die Anlagen, was die machen. Und das sind jetzt Kilowatt an Leistung, was da rauskommt. Und wenn man das mal, das werde ich im nächsten Video mal in die Verhältnisse setzen von dem Energiebedarf, den wir haben. Und wenn ich nur einfach einen gewissen prozentualen Wert substituieren möchte, wie weit man davon noch entfernt ist. Auch wenn man sich schaut, in Deutschland Unternehmen Hydrogenius oder Hydrogenius, weiß ich, wie sie sich schreiben, die solche Anlagen herstellen, die aus Energiewasserstoff speichern in eben LOHC, also in organischen Gruppen. Und auch da sind wieder Testanlagen, die man da mit aufstellen kann, 0,9 Kilo Wasserstoffaufnahme pro Stunde. Also das sind alles lächerlich geringe Größenordnungen, die wir gerade haben. Also wir sind wirklich im Bereich der Grundlagenforschung und das ist weit weg von irgendwas, was auch nur annähernd skaliert. Es hört sozusagen immer, die Präsentationen sehen immer super aus. Ich habe mein Windrad und danach die Anlage und kann das dann langfristig in einem Tank bei normalen Umweltbedingungen speichern. Also nicht eben so tief Temperatur, nur hohe Drücke, sondern da habe ich dann irgendwo einen öligen Stoff wie analog zu Diesel oder wenn ich mit Power2X es in künstlichen Diesel umwandle. Also das sind schon diese Ansätze, die alle mit Sicherheit gut sind, aber halt einfach, ich würde sagen, Jahrzehnte von einem industriellen großen Maßstab entfernt sind. Dieses Video war jetzt ja noch keine Glanzstunde dieses Kanals. Also es ist, sage ich mal, ein sehr tiefes Thema. Wie tief geht man in die Physik und Chemie rein? Man könnte sich jetzt wirklich mal die Energiemengen oder sowas ausrechnen, aber ich glaube, dann hänge ich die meisten ab. Es ist auch, sage ich mal, diese Breite von Möglichkeiten, die da ist, ist auch einfach gigantisch. Also wahrscheinlich werde ich irgendwann nochmal einfach das Video nochmal neu produzieren mit vielleicht ein bisschen besserer Vorbereitung da drin. Deswegen bitte jetzt Ansätze, die ich vielleicht nicht betrachtet habe, in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich das auch im nächsten Video mit einarbeiten. Mit Sicherheit gibt es viel, aber jetzt bitte keine zu sehr Sachen, die im Bereich der Grundlagenforschung noch sind, sondern irgendwo, wie viel Output machen die Demonstratoren? Welchen Wirkungsgrad erreichen die Demonstratoren? Und wie kann das hochskaliert werden? Also einfach irgendwelche Unternehmen bitte, die diese Fragen schon beantworten. Ansonsten ist es mit Sicherheit interessant, aber hat nichts mit dem Börsenkanal zu tun, bei dem man sich um den Investment Case der Wasserstofftechnologie beschäftigen möchte. Gut, damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video. Im nächsten Video werde ich mir einfach dann mal Geschäftsberichte von Unternehmen anschauen, die sich mit Wasserstoffgewinnung beschäftigen oder mit anderen Anlagen und mal schauen, wie konkret die denn das da drin alles beziffern. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.